HPV, das ist etwas, was gerade in aller Munde ist. Es gibt eine HPV-Impfung, irgendwas mit Gebärmutterhalskrebs, Geschlechtskrankheit auch schon mal gehört. Aber was genau ist HPV? Wie kann ich mich damit anstecken? Was hat es mit diesen Impfungen auf sich? Und was überhaupt mit dem Gebärmutterhalskrebs? Es gibt so viele Fragen, die wir jetzt klären. Auf geht's. HPV ist eine Abkürzung, wer hätte es gedacht, und steht für Humanis Papilloma Virus. Das Ganze ist Latein und heißt übersetzt so etwas wie menschliches Warzenvirus. Irgendwie so kann man es übersetzen. Und in dem Namen steckt auch schon die halbe Wahrheit drin. Das ist also ein Virus, der bei Menschen so Warzen-ähnliche Erscheinungen machen. Und Warzen ist ja nichts anderes als eine überschießende Proliferation, also ein überschießendes Wachstum von Hautzellen, eine Wucherung. Und bei Wucherung und überschießendem Wachstum fällt uns gleich wieder ein Begriff ein Krebs. Und es hat nämlich auch was mit Krebs zu tun. Aber fangen wir erstmal vorne an. Wie genau vermehrt sich so ein Virus und wie kann so ein elektronenmikroskopisch kleiner Partikel, denn nichts anderes ist ein Virus, dazu führen, dass er bei einem erwachsenen Menschen sogar zu Krebs führen kann? Alle Viren haben eigentlich eins gemeinsam. Sie brauchen eine Wirtszelle oder einen Wirt, um zu überleben. Und nichts anderes macht dieser Virus auch. Dieser Virus hat aber eine Besonderheit, denn er ist ein DNS-Virus. DNS, das sagt uns doch was. Ja, wir Menschen bestehen auch aus DNS. Unser Genom besteht aus DNS. Und dieser Virus macht das einfach so, dass er sein Ministückchen DNS nimmt und das in unser Genom quasi einbaut und vor allen Dingen in die Hautzell-DNS einbaut. Und wir produzieren dann für ihn alles, was auf der DNS kodiert ist. Das sind Proteine, Moleküle und anderes. Und unter anderem sind da zwei Proteine dabei, die dazu führen, dass unser normaler Zellzyklus, also eine Hautzelle, die als Babyhautzelle anfängt, dann größer wird und größer wird und dann irgendwann stoppt, diese Proteine von diesem Virus setzen dieses Stoppsignal quasi aus und sagen, okay, es geht immer weiter, es geht immer weiter und schon entsteht eine Wucherung. Und Wucherungen können eben gutartig sein, so wie eine Warze zum Beispiel, ist ja nichts anderes als eine gutartige Wucherung. Es kann aber eben auch Krebs sein. Und bei HPV muss man eine Sache beachten, denn das ist nur der Überbegriff. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit dem Überbegriff Hund. Ist ein bisschen salopp, aber man kann es dann ganz gut verstehen. Ein Hund ist der Überbegriff für ganz viele verschiedene Rassen und beim HPV, das ist auch ein Überbegriff für ganz viele verschiedene Genotypen. Und es gibt jetzt Genotypen, die zum Beispiel eine gutartige Warze verursachen. Es gibt aber auch Genotypen, die also eine Veränderung des Erbguts verursachen können, die bösartig ausgeht. Man muss unterscheiden zwischen einem Low-Risk-HPV-Typen und eben diesem High-Risk-HPV-Typen, der eine Neoplasie verursachen kann. Wir konzentrieren uns später so ein bisschen mehr auf diese High-Risk-Typen, denn die verursachen ja diesen Gebärmutterhalskrebs und übrigens auch andere Krebsarten. Erzähle ich später noch was zu. Gegen diese High-Risk-Typen gibt es eben die HPV-Impfstoffe jetzt auch für Jungen und für Mädchen. Auch da komme ich später noch zu. Und deswegen konzentrieren wir uns gleich ein bisschen mehr auf diese High-Risk-Typen. Klären wir aber vorher kurz nochmal, wie man sich HPV eigentlich einfangen kann. Wie kommt man dazu, HPV zu kriegen? Das habt ihr sicherlich schon mal gehört. Das ist nämlich Geschlechtsverkehr. Und sowohl der Geschlechtsverkehr da unten als auch der Geschlechtsverkehr da oben. Oralsex ist eben auch ein Übertragungsweg von HPV und vor allen Dingen von diesen High-Risk-Typen. Und wenn man sich jetzt mit HPV infiziert hat, heißt das aber auch nicht sofort, dass einem da diese Genitalwarzen sofort wachsen, sondern so ein Virus kann auch wirklich bis zu Wochen und Monaten persistieren, ohne irgendwas zu machen. Und das ist natürlich auch ein bisschen das Problem bei wechselnden Geschlechtspartnern, dass man irgendwann einfach vielleicht nicht mehr weiß, von wem könnte ich das haben. Auch auf dem Hinblick hin, nicht um ihm Vorwürfe oder ihr Vorwürfe zu machen, sondern einfach zu sagen, hier, pass mal auf, vielleicht müsstest du doch öfter mal zur Vorsorge gehen oder mal gucken lassen, denn ich habe jetzt HPV und es kann sein, dass ich es von dir habe. Also das ist gar nicht so leicht irgendwie bei wechselnden Geschlechtspartnern rauszukriegen, weil er eben über eine gewisse Zeit latent persistieren kann im menschlichen Körper. Welche Symptome macht jetzt eine Infektion mit HPV? Und dazu muss man sagen, in den allermeisten Fällen überhaupt keine. Man sagt sogar, dass jeder zweite bis dritte in seiner Geschlechtsverkehrskarriere einmal Kontakt mit HPV hat und überhaupt nichts davon gemerkt hat, weil es eben ganz oft asymptomatisch verläuft. Aber ich habe schon gesagt, der kann auch persistieren. Und dann kommt es darauf an, hast du dich mit einem Low-Risk-Typen infiziert oder dem High-Risk-Typen. Und das haben wir jetzt auch schon oft gehört, der Low-Risk-Typ, der macht eben diese lästigen Genitalwarzen. Und da ist natürlich so eine Symptomatik, wie man es sich vorstellt, eine Warze am Genitale, kann jucken, kann nässen, kann rot sein, also irgendwelche Wucherungen dort unten rum, ist nie besonders schön, nicht sehr angenehm. Aber das wäre so eine Symptomatik eines Low-Risk-Typen. Und was das Gemeine ist, die High-Risk-Typen, die ja Veränderungen machen können an unserem Erbgut und dann auch irgendwie Krebs verursachen können. Die machen überhaupt keine Symptome. Und das ist natürlich das Gemeine. Das kriegt man tatsächlich nur raus, wenn man Abstriche macht und nach HPV sucht. Oder natürlich, wenn es schon zu spät ist und man eine Vorstufe hat von diesem Gebärmutterhalskrebs oder sogar Gebärmutterhalskrebs. Und genau deswegen wurde ja auch ein Gebärmutterhals-Screening quasi etabliert. Also diese Abstriche, die man da so beim Gynäkologen immer über sich ergehen lassen muss, die sind genau dafür da, solche Vorstufen zu erkennen, die vielleicht auch durch HPV verursacht wurden. Im nächsten Schritt fragt man sich natürlich, wie sieht die Therapie aus bei solchen Kondylomen? Denn so heißen diese Genitalwarzen auf schlau. Und da muss man auch schauen, wie ausgeprägt ist das Ganze. Ist das vielleicht nur so eine kleine Genitalwarze, wo man vielleicht mit Creme arbeiten kann? Oder ist das schon so ausgeprägt, dass man da eventuell auch schon chirurgisch an muss? Denn auch das ist möglich. Es gibt so eine Vereisung, also eine Kryotherapie. Es gibt eine chirurgische Laserung und es gibt eine chirurgische Absetzung. Das heißt, man trennt es einfach mit dem Messer ab. Das gemeine ist, und das muss man wissen, ich habe es ja schon erzählt, so ein HPV kann eben wiederkommen. Und das ist genau die Problematik, die man vielleicht hat, wenn man es gelasert hat oder wenn man es weggeschnitten hat. Heißt das nicht unbedingt, dass man es dann für immer los ist? Denn diese Persistenz der Viren kann natürlich dazu führen, dass das ein paar Wochen später oder sogar auch Jahre später wieder manifest wird und man hat wieder diese Genitalwarzen und man muss wieder unter das Messer. Das ist immer so ein bisschen ein lästiges Thema bei persistierenden Virusinfektionen. Das ist die Therapie bei den Low-Rest-Typen. Bei den High-Rest-Typen sieht das Ganze ein bisschen mau aus, denn an sich gibt es da keine Therapie, außer man hat dann diese Krebsvorstufen und die muss man dann eben chirurgisch entfernen, also rausschneiden aus dem Gebärmutterhals, sogenannte Konisation machen. Das ist aber ein Thema für vielleicht ein anderes Video. Also das ist ein bisschen das Gemeine. Erstens diese Symptomatik, die ja eigentlich nicht vorhanden ist bei den High-Rest-Typen und die Therapie, die ja eigentlich auch nicht vorhanden ist bei den High-Rest-Typen. Und da kommen wir dann zu dem nächsten Punkt. Man will also verhindern, dass man diese Erkrankung, diese Infektion erst bekommt und da kommt jetzt die Impfung ins Spiel und deswegen poche ich da auch so drauf, dass die Leute sich impfen lassen. Denn man kann verhindern, dass man so eine potenziell gefährliche Infektion sich überhaupt erst anhandelt und vor allen Dingen kann man seine Kinder davor schützen. Denn jetzt nicht nur die Mädels, sondern jetzt neuerdings auch endlich die Jungs, die geimpft werden können und die man möglicherweise vor einer bösartigen Erkrankung schonen kann, wenn man denn sie impfen lässt. Und Impfung im Allgemeinen ist immer ein riesiges Thema, was viel diskutiert wird und ich sage dann immer nur, guckt euch bitte die richtigen und die validen Daten an, wie es aussieht. Denn so eine HPV-Impfung schützt beinahe fast zu 100 Prozent vor diesen HPV-Typen, die dieser Wirkstoff eben enthält. Ja, es gibt da draußen mit Sicherheit noch Typen von Viren, die wir noch nicht kennen, die wir einfach in der Forschung noch nicht gefunden haben und deswegen kann es natürlich auch trotzdem sein, dass man einen Gebärmutterhalskrebs bekommt aufgrund von HPV. Aber gegen diese Typen, gegen die wir impfen können, das wird aussterben, falls wir uns denn mal alle impfen lassen sollten und falls wir unsere Kinder impfen lassen sollten. Ich komme gleich noch ein bisschen ausführlicher zum Thema Impfstoff. Eine Sache noch vorweg, wir reden die ganze Zeit über die Vorstufen von Gebärmutterhalskrebs, aber es gibt auch noch andere Krebsarten, die dieser HPV verursacht und das ist eben nicht nur der Gebärmutterhalskrebs, sondern das ist eben auch ein Peniskarzinom. Das gibt es tatsächlich auch ein Analkarzinom, also hinten am Rektum gibt es auch ein HPV-induziertes Karzinom und auch im Hals-Nasen-Ohren-Bereich, nämlich der Kehlkopfkrebs, wird auch durch HPV verursacht oder kann auch durch HPV verursacht werden. Es gibt sicherlich noch die ein oder andere Tumorentität, die auch von HPV induziert wird, die wir vielleicht noch nicht kennen, aber diese 4 bis 5 kennen wir schon und wir haben heutzutage die Möglichkeit auch davor zu schützen. Aber zu den Impfstoffen komme ich jetzt am besten mal. Man muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben seit fast 12 Jahren, seit 2006, einen Impfstoff, der zugelassen ist, der getestet ist, der für gut befunden wurde, der potenziell eine Krebserkrankung verhindern kann und keiner geht zur Impfung. Und vor allen Dingen war bis vor kurzem, wir schreiben jetzt gerade Oktober 2018 und im Mai 2018 ist erst der Impfstoff für die Jungen zugelassen worden, obwohl auch die natürlich Überträger sind sexuell, genauso wie die Mädels. Bis jetzt gab es nur seit 2006 den Impfstoff für die Mädchen und jetzt endlich hat man sich gedacht, ja, die Jungs impfen, auch eine gute Sache. Es herrscht also eine absolute Verunsicherung mit dem Thema, die auch medial bestimmt ist leider, wo die Medien gesagt haben, der Impfstoff, der macht ganz böse Nebenwirkungen und hier und da ist alles widerlegt. Da gibt es wunderschöne Daten zu. Ich blende hier einmal ein Zitat ein von einer Cochrane-Analyse jetzt aus dem Jahre 2018. Man muss sich also wirklich überlegen, so Impfstoffe, die werden getestet noch und nöcher. So ein Robert-Koch-Institut oder auch eine ständige Impfkommission, die sagt nicht einfach mal so rein aus dem Bauchgefühl, ja, das ist eine gute Sache, mach das mal mit, sondern da liegen schon Daten dahinter, die absolut valide sind, auf die man sich verlassen kann. Also dieser Impfstoff, was ich eigentlich sagen möchte, um mich nicht in Rage zu reden, dieser Impfstoff wirkt, ist super und man kann wirklich den Mädels und den Jungs jetzt auch heutzutage helfen, vielleicht einer Krebserkrankung aus dem Weg zu gehen. Und wenn man Mütter fragt oder auch Väter fragt, ja, wir haben jetzt die Möglichkeit, ihr Kind vielleicht vor einer Krebserkrankung zu schonen oder das zu umgehen, möchten sie es machen, ja oder nein, sagt doch keiner, nö. Also es ist schon ein sehr skurriles Thema, aber jetzt gibt es die Impfstoffe, die Mädels zwischen 9 und 14 Jahren, die werden schon, wie gesagt, seit 2006 geimpft und jetzt seit 2018 gibt es eben auch für dasselbe Alter für Jungs den Impfstoff. Beide Geschlechter sollten natürlich vor dem ersten sexuellen Kontakt geimpft sein, denn nur das macht Sinn, denn sobald man irgendwo sexuellen Kontakt hat und sich vielleicht da direkt HPV eingefangen hat, um salopp zu sagen, ist es natürlich schon zu spät. Wenn man jetzt den Zeitraum 9 bis 14 Jahre verpasst hat, sollte man das halt bis 17 Jahre nachholen, aber unterm Strich steht einfach, vor dem ersten sexuellen Kontakt sollte man geimpft sein. Das ist eine präventive Maßnahme, um sich vor HPV zu schützen. Übrigens eine andere präventive Maßnahme ist einfach Safer Sex und das sollte man seinen Kindern sowieso mit auf den Weg geben, auch um sich natürlich vor anderen Geschlechtskrankheiten zu schützen, jetzt nicht nur HPV, sondern da gibt es ja eine ganze Palette von Geschlechtskrankheiten, die man sich einfangen kann. Also Safer Sex mit Kondom ist auf jeden Fall ratsam, den Eltern da draußen mitzugeben, die es an ihre Kinder weitergeben sollen. Ich hoffe, dir hat dieses Video zu dem Thema gefallen. Es ist mir ein Riesenanliegen, ich finde es doch immer noch spannend, wie viel Unwissenheit auch der HPV-Impfung gegenüber herrscht, wie viel Falschwissen auch vermittelt wird. Also ich hoffe, ich konnte hiermit ein bisschen Aufklärung leisten. Gebt es an eure Kinder weiter, gebt es an die Freundinnen weiter, an die Freunde. In dem Sinne, schön impfen lassen. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.